Ich hasse es auf dem Lift zu werfen. Auch im Echten Leben, der kommt nie mehr, wenn du ihn brauchst. Aber das Schlimmste ist, er kommt und dann fährt er weiter. Fährt er einfach an dir vorbei. Zwei Mal. Jetzt kommt eine sehr interessante Stelle. Und mit dem Versand meine ich... ...schwer. Wenn es die Stelle ist, die ich im Kopf habe. Ah, hier. Oh ja, die meine ich. Hier genau, die meine. Oh Gott. Der hat so leistbar. Oh, zwei Schaden. Warte, zwei Schaden. Das ist auch ziemlich geil. Gut, Grund genommen muss ich jetzt die Maschine hier neu ausrichten. Aber ich habe vergessen, wie das geht. Irgendwas muss ich... Ich muss das irgendwas aktivieren und dann muss ich es drehen. Oh, das dreht sich für mich. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur dafür sorgen, dass... ...dass die Dinger hier, also der Sender und Empfänger gleich sind. Dann kommt sowas da raus. Aber die Dinger sind zu groß, um sie zu bewegen, also muss ich... ... entweder dorthin oder dorthin. Und... ...ja, das ist jetzt vermutlich ein Problem. Weil sau viele Gegner mir das vermiesen möchten. ... ... ... ... ... ... ... Meistens verkrieche ich mich hier, weil ich einfach Schiss habe und nicht sterben will. Ach du shit, ach du shit, ach du shit! Alter! Macht das Schaden aus der Entferner? Wenn ihm der Tentakel gehört hat, ihm hat's nicht gefallen. Da! Hat mich voll vergessen. Okay, gut. Fuck, da ist hier einer. So, weg! Ich muss aber aufpassen, dass sie mich nicht überrennen. Oh, ich habe Schiss. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay, I got this. Oh Gott! Oh Gott! Na gut, die kann ich ausnutzen. Ja dann, Isaac kann ich sehr gut ausnutzen. Wenn ich treffen will. Weg! Ich muss mich einfach beeilen. Warte mal. Warte mal. Der Ding hat gar nicht so ein Dings. Er hat nur... Aha. Da muss ich das Ding ausrichten. Der hat das Ding, also muss er das haben. Und das heißt, was ist das? Ah, das sind nur drei. Also muss ich ihm... Aha, muss er etwas bekommen. Er hat überlebt. Oh Gott... oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist das. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich hab' Schieß, wenn wir wollen. Hä? Okay, kurz Abstand nehmen. So, da stehen mir sogar zwei von dreien. Jetzt muss ich eigentlich nur den da drehen. Mach' am besten mit dem da hinten. Wenn ich das kenne, soll ich hier draufstehen. Weg, 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 weg. Okay, die Energie ist jetzt ausgerichtet. Sieht aus, als hätte sich ein weiterer Aktivierungsterminal geöffnet. Wir kriegen diese Maschine repariert, Carver. Okay, das war irgendwie gar nicht so schlimm, wie ich es in Erwartung hatte. Irgendwie habe ich gedacht, ich werde voll die Barante. Okay, so, Codex reinstecken. Isaac, was machen Sie da? Ich beende etwas, das schon längst erledigt sein sollte. Hören Sie auf damit! Sie pushen mit Dingen herum, von denen Sie nichts verstehen! Das Herz der Maschine. Gut. Jetzt geht's den ganzen Weg zurück. Jetzt haben wir die Maschine neu ausgerichtet. Jetzt müssen wir ganz zurück, dort wo ich meine Mechanik anzug genommen habe. Und dort können wir die Maschine, nachdem wir sie ausgerichtet haben, auch aktivieren. Beziehungsweise, glaube ich, deaktivieren. Dann muss ich jetzt alles nochmal zurück. Mann, hier sind schon immer zwei Arschlöcher. So, ich taue dieser Stelle hier ganz und gar nicht. Lassen Sie mich hier ganz bestimmt nicht einfach vorbeilaufen. Okay, Sie haben die Stadt in eine Riesenbrezel verwandelt. Und jetzt? Wenn Serrano recht hat, sollte ich zum ersten Aktivierungspunkt zurückkehren können, um die letzte Einstellung vorzunehmen. Und was passiert dann? Ich arbeite auf Raumschiffen, nicht an Alien-Maschinen. Nicht an Alien-Maschinen, stimmt. Naja, scheit mich nicht an, das ist ein Fortschritt. Immer wenn Dialoge stattfinden, gibt's niemals Gegner, weil die Dialoge sind oberste Priorität. Wegen der Story. Ui! Da. Da. Hier habe ich schon geöffnet. Hier waren wir auch schon. Die Stelle mit diesen kleinen Viechern. Ich hoffe, ich komme jetzt auch hier, kommt schon Dialoge mit Kava. Wie ist das? Das ist nicht der Weg, Isaac. Sie haben eine Zukunft. Wir alle! Lassen Sie mich in Ruhe, Danik. Sie können Sie wiedersehen, Isaac. Jeden, den Sie jemals verloren haben. Es ist eine Zukunft, ohne etwas bedauern zu müssen. Ich bedauere nichts, Danik. So oder so wird das hier bald vorbei sein. Isaac! Was ist das? Was ist das? Jetzt wofür ich hier. Nein, ich war mit nie. Ich war mit Naja. Ich war mit Naja. Ich war mit Naja. Ich war mit Naja. Den Monaster auf- Naja. Da ist es nicht so einmaß. Ich bin einer neuen Bedeutung. Ah, fuck. Oh oh. Da habe ich ein ganz mieses Kumpel bei der Sache. Oh. 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 Komm schon. Gott, ich schieß das, geht ab. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Gott. Oh Gott. Oh Gott, wie ist das jetzt? Wow. Oh, ich leg eine Menge Aufmerksamkeit. Okay, das war eine schlimme Stelle. Hab ich echt gedacht, die überrennen mich und ich sterbe. Weg da! Oh Gott. Oh Gott. Jetzt müsste ich aber eigentlich, genau, jetzt müsste ich eigentlich wieder zurück sein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich scheine nichts im Weg zu sein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nice, der hat überlebt. Ich bin da hinten über diverse abgetrennte Gliedmaßen gestolpert, gehörte irgendwas davon Ihnen? Ich habe schießt das plötzlich gegen so einer von diesen Stellen auf Kreuz. Da sind Sie ja. Ein Gentleman hat nach Ihnen gesucht, und er hatte statt Händen Knochenschwärter. Ich hoffe, es sieht gut aus, dass ich Ihnen in den Böden sind. Er wollte Sie unbedingt finden. Okay, das sieht sicher aus. Falls Sie tot sind, wenn ich wieder rauskomme, soll ich dann alle Ressourcen für mich behalten? Sag sowas nicht, okay? Wow, ich habe echt Munitionsmangel. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Boah, drei, komm zu Hause. Nach Hause. Oh je, 62. Okay, wow. Ich bin sogar etwas angeschlagen. So, jetzt müsste ich eigentlich genug haben. Oh ja, ich fühle mich als ein neuer Isaac. Der um mich keine Apotheke aufmachen. So, warte, ich mache das so. Ich nehme noch den mit, um mich zu heilen. Den verkauf ich und nehme noch einen mit. Und den Großen nehme ich nicht. Der ist für Notfall. Ja. Kann ich irgendwas upgraden hier? Mit der Waffe wäre Tempo nachladen. Ja, nachladen ist immer noch das größte Problem. Nachladen. Plus zwei plus Schaden habe ich nicht. Oh nice. Das könnte ich mir bauen. Nachladen und Schaden. Das könnte ich mir bauen. Ähm. Genau, das baue ich hier ein. So. Naja, eigentlich passt das so. Naja, es passt. Gut. Okay. Jetzt hat die Maschine neu zu. Rekalibrieren. Oder zu aktivieren, was immer das jetzt noch ansteht. Ich hoffe, wir hier kommt nichts raus. Also. Jetzt leuchtet das dort. Jetzt leuchtet das dort. Jetzt muss ich das aktivieren. Das heißt, die beiden äußeren schauen nach innen. Ja. 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 Und die beiden verkreuzen sich. Ja. Und die beiden verkreuzen sich. Ja. 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 irgendwas ist hoffentlich passiert ich weiß, dass sie glauben, das Richtige zu tun aber sie irren sich, Isaac sie müssen mich die Maschine abschalten lassen meine Verstärkung ist da mit einer großen Überraschung na super ich weiß nicht, was mir lieber ist männliche Gegner oder Necromorphs haben beides verdammten Erfen äh, nein fuck, 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 actuate, actuate, actuate alle, Isaac du nimmst ich bin durch die Zuleitungsrore geflüchtet, aber sie haben mich erwisst Isaac, sie wollen dich abfangen bei... Finger weg von mir schnauze, Ketzerin ich habe den Codex, Danek wenn sie ihn haben wollen, müssen sie mich finden nein wir sind unterwegs zur Maschine und wenn sie da sind werde ich schon auf sie warten die Zuleitungsrore geflüchtet du kannst, wo die Zuleitungsrore geflüchtet Vielen Dank.